Bildschirm freigeben in Zoom, so geht das. Das ist also das Zoom-Fenster und du siehst unten hier Bildschirm freigeben. Ein paar Tipps dazu. Klicke mal auf Bildschirm freigeben. Da haben wir deinen ganzen Bildschirm, hier Desktop 1. Wenn du einen zweiten Bildschirm an deinem Computer hast, hast du hier noch Desktop 2. Das zeigt dann deinen ganzen zweiten Bildschirm. Da hast du die Möglichkeit, ein Whiteboard zu nutzen, solche Dinge. Und hier hast du die Möglichkeit, ein bestimmtes Programm zu zeigen. Also beispielsweise den Browser, wenn du jetzt in deinem Browser etwas zeigen willst. Oder ein einzelnes Programm, das kann ein Word sein, ein PowerPoint oder was auch immer. Okay. Dann wähle ich jetzt zum Beispiel dieses Programm und habe die Möglichkeit, hier Ton freizugeben oder für Videoclip zu optimieren. Und wichtiger Tipp für dich, klicke das nicht an für Videoclip optimieren. Ausser du hast es wirklich nötig, Videos zu zeigen in diesem Fenster. Warum nicht? Weil wenn du das anklickst, dann kann es häufig vorkommen, dass graue Flächen deinen Bildschirm überdecken, wenn du präsentierst in deinem Zoom-Meeting. Und das kommt irgendwie aus dieser Option kombiniert mit ein paar internen Sicherheitseinstellungen von Zoom. Also nur im Notfall das wirklich nutzen, wenn du Videos zeigen musst innerhalb einer Bildschirmfreigabe. Sonst das leerlassen, Ton freigeben, wenn das, was du zeigst, wirklich auch Ton abspielt und in deinem Zoom auch hörbar sein soll. Sonst das einfach so lassen. Dann klicken auf Freigeben. Dann siehst du einen grünen Rahmen hier um dieses Fenster, das du freigibst. Das heisst, alles, was in diesem grünen Feld drin ist, wird sichtbar für deine Teilnehmenden in deinem Zoom-Meeting. Und was du auch noch hast, ist ein schwarzer Balken mit gewissen Einstellungen, wo du auch stoppen kannst. Was du hier aber auch tun kannst, ist bei Kommentieren klicken. Da kommt eine zweite Zeile mit Funktionen. Da kannst du zum Beispiel einen Pointer anzeigen. Siehst du hier diesen roten Fleck. Da kannst du vielleicht Dinge besser zeigen. Oder du kannst auch zeichnen drin, zum Beispiel da gewisse Dinge umkreisen. Oder durchstreichen, wenn du das musst, die Farbe wählen und so weiter. Dann löschen, alle Zeichnungen löschen. Da hast du ein paar rudimentäre Möglichkeiten, da auf dieses Bild zu zeichnen. Wenn du fertig bist und den Bildschirm nicht mehr zeigen willst, klickst du hier einfach auf Rot stoppen. Und bang, da sind wir wieder. Schau unsere anderen Tipps zum Thema Zoom an. Da gibt es ein paar Dinge drunter, die ich selbst vor kurzem nicht kannte.